Stand 1301 Uhr Lesedauer 4 Minuten Freitag wird in Moskau die WM-Vorrunde 2018 ausgelost. Polen war 2014 gar nicht dabei, nun ist das Team plötzlich gesetzt. Der Verband nutzte eine Schwäche im System, ist damit aber nicht allein. Die FIFA geht verbal schon mal in Vorleistung. Da es bei großen Fußballauslosungen ja stets Gerüchte um Manipulation gibt, wehrt sich der Fußballverband diesmal schon im Vorfeld der WM-Auslosung am Freitag im Moskauer Kreml 16,00 Uhr Metz gegen derlei Verdächtigungen. Die Auslosung ist komplett zufällig, sagte Wettbewerbsleiter Chris Unger. Es gäbe keine vorgewärmten Kugeln, ich kann sie auf die Bühne einladen, und sie können sich selbst überzeugen, dass es Bälle mit verschiedenen Farben gibt, aber sonst unterscheiden sie sich nicht, sagte Unger vor Journalisten. Sie sind gleich in Größe und Temperatur. Die FIFA sagt also, dass sie nicht trickst. Ausgetrickst wurde sie aber selbst schon. Es gibt eine Schwäche im System der Setzliste, und die wurde diesmal vor allem von einer Nation systematisch ausgenutzt. Der deutsche Nachbar war bei der vergangenen WM gar nicht dabei, bei der EM 2016 war im Viertelfinale Schluss, dennoch ist das Team von Stürmer Robert Lewandowski unter den acht gesetzten Top-Teams der WM und steht damit im Ranking noch vor Mannschaften, wie Spanien und England, die nun beide in Top 2 stecken. Robert Lewandowski schoss Polen mit 16 Treffern in 10 Qualifikationsspielen zur WM 2018. Quelle geht die Images get the Images Europe. Der Hintergrund ist genauso simpel wie kompliziert. Erstmals wurde für die Besetzung der Töpfe allein die FIFA-Weltrangliste zugrunde gelegt. Die Berechnung genau dieser Hitparade ist aber nicht nur schwer nachzuvollziehen, sondern auch hochgradig unfair. Manche Teams nutzen dies offensichtlich zu ihrem Vorteil. Der Kicker schlüsselt nun auf, wie die Polen ihren Aufstieg erreichten und binnen gut zwei Jahren von Platz 34 auf sechs schossen. Zum einen, das steht außer Frage, spielte die Mannschaft wirklich guten und erfolgreichen Fußball, sie gewann acht ihrer zehn Qualifikationsspiele und verlor nur eines. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Polen vermied vielmehr die Austragung von Freundschaftsspielen, Zwischen dem 15. November 2016 und dem 9. November 2017 absolvierte der Verband im Gegensatz zu anderen Nationen wie auch Deutschland kein Testspiel. Dies hilft in der Weltrangliste ungemein. Hier geht es zur aktuellen FEFAWELTRANGLISTE. Die Rechnung sieht wie folgt aus. In die Rangliste fließen nicht die real erspielten Punkte, sondern der Punkteschnitt ein. Gewertet werden die vergangenen vier Jahre, wobei die letzten zwölf Monate das meiste Gewicht erhalten. Nun kommen noch zwei Faktoren hin zu Art des Spiels und Platzierung des Gegners in der Weltrangliste. So wird jedes Pflichtspiel mit dem Faktor 2,5 gewertet, Freundschaftsspiele hingegen nur mit 1,0. Ein 120 gegen San Marino in der WM-Qualifikation bringt also deutlich mehr Zähler als ein Elf im Test gegen Argentinien. Freundschaftsspiele gerade gegen schwache Gegner können im Gegenzug zum Boomerang werden, weil selbst Siege derartig niedrig vergütet werden, dass der Punkteschnitt deutlich sinkt und damit ein Absagen in der Rangliste einhergeht. Russland stürzte beispielsweise grandios ab, weil die Mannschaft als Gastgeber keine Qualifikation spielen muss und demnach gar keine Pflichtspiele bestreiten kann. Gesetzt sind sie als Veranstalter dennoch. Diese Umstände haben sich die Polen zunutze gemacht, sind damit aber nicht allein. Wales beispielsweise bestritt 201.415 über ein Jahr lang keine Testspiele und war plötzlich in der Top Ten der Welt. Rumänien gelangte im ähnlichen Zeitraum mit der gleichen Methode sogar auf Rang 7 der FIFA-Rangliste. Aus diesem Grund waren die Rumänen in der Auslosung zur WM-Qualifikation Gruppenkopf in der Staffel der Polen, die sich dort locker durchsetzen. Manche Trainer gehen laut Kicker offenbar einen anderen Weg, auch wenn dies offiziell natürlich niemals bestätigt würde. So wechselte der belgische Trainer Marc Wilmots 2014 in einem Testspiel gegen Luxemburg 7 statt der ausgemacht 6 Spieler ein. Die Partie wurde von der FIFA daraufhin für ungültig erklärt. Immerhin die FIFA kündigte mittlerweile an, den Modus nach dieser WM überdenken zu wollen. Für die Auslosung am Freitag ist dies aber zu spät, Urheberrecht welten 24 GmbH alle Rechte vorbehalten. Russland will sich bei der Auslosung für die Vorrunde der WM am Freitag als vorbildlicher Gastgeber der Welt präsentieren. Doch ein halbes Jahr vor dem Turnier tun sich gewaltige Probleme auf. Der Iran feuert ein Reiztimmer weiter ein. Ein Adjatoller verfügte, dass es Wichtigeres gäbe, als Frauen den Zutritt ins Fußballstadion zu gewähren. Die Begründung ist wieder mal abenteuerlich. Der Wechsel von BVB-Chef-Scout Sven Mislinter zu den Urners ist nur noch Formsache. Laut Medienberichten zahlen die Engländer eine Rekordablöse an die Dortmunder. Alles geht jetzt ganz schnell. Nationalstürmer Sandro Wagner hat bei seinem Klub um die Freigabe gebeten. Der Angreifer möchte im Winter zum FC Bayern München wechseln. Dort soll er offensichtlich Robert Lewandowski entlasten. Nur zwei Bundesliga-Legenden liegen in einer Statistik noch vor Robert Lewandowski. Der VfB Stuttgart feiert einen Meilenstein und der 1. FC Köln ist weiterhin historisch schlecht. Erst schießt Robert Lewandowski die Polen zur WM 2018, dann verteidigt er an der Warschauer Sporthochschule seine Bachelorarbeit. Seine Prüfer feiern ihn. Die Abschlussarbeit dürfte einmalig sein.